Hallo und herzlich willkommen zurück zu Das Telekommando kehrt zurück. Ja, äh, neue Aufnahme, neues Glück. Und das, ja, 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 und das Gute ist, ich hab keine Ahnung mehr, wer wir sind und was wir hier tun. Ähm, ach, die Steuerung. Ach Gott, die Steuerung. Ah, da merkt man gleich, dass eine neue Aufnahme begonnen hat, wenn ich mich wieder über die Steuerung aufregen muss. Äh, ich wollte, ich wollte, ich wollte, nochmal fix zum Piloten gucken. Äh, da ist ich nämlich wie der erste Mensch, der eine Maus benutzt. Oh, eine optisch orientierte Benutzeroberfläche, das ist Wahnsinn. Äh, äh, Gott. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Äh, glaubt mir kein Mensch. Naja, jedenfalls, äh, muss ich mich erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Ich wollte eigentlich schon ewig aufgenommen haben, war aber irgendwie, der ist die ganze Zeit krank gewesen und konnte nicht aufnehmen und, und, hm, bin ich dazu gekommen. Und jetzt, äh, hilft es wohl nichts, jetzt muss ich. Ähm, ja, ärgerlich, dass der hier oben rumsteht. Ach ja, wir haben ihn angeschaut, natürlich, sprechen. Na, seid ihr soweit? Äh, was, 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 warum denn? Ich muss doch irgendwas, irgendwas, irgendwas geben hier. Was ist mit dem Bullen? Muss doch, muss doch mal hier. Ah, schriftlichen Beweis. Was, was, was haben die denn eigentlich? Äh, Störbrief. Äh, können wir das nicht irgendwo, ich probiere das nochmal. Da irgendwas draufdrucken. Faxgerät, können wir das einfach irgendwo hinfaxen? Zu, zu uns selbst, ich hab keine Ahnung. Ich wusste nicht wie. Ja, ich auch nicht. Ich hab noch nie ein Faxgerät benutzt. Aber offensichtlich gibt's die immer noch. Ähm, was wollte ich noch tun? Ach ja, genau, die Computer da unten. Ja, 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 ich weiß wie da. In Ebene 3. Äh, ja, ja, ja. Daneben geklickt. Stellt dir das mal im wahren Leben vor. Stehst du so im Aufzug, ne, ein Typ kommt rein und nimmt seinen Zeigefinger und drückt erstmal daneben. Ähm, achso, ah, stimmt, der ist jetzt abgeschlossen. Ha. Hier ist ja nichts, ne? Ja, ja, nee, umtüren mach ich jetzt nicht. Was haben wir denn noch? Wir haben noch den Kopierer, ne? Aber da fehlt ja der Toner. Ähm, hier ist nicht weiter. Hm, ich kann nochmal ganz kurz warten. Alter. Ähm, den, den Viertner fragen. Der gibt uns ja immer so ein bisschen, ja, Hinweis, wo es weitergeht. Ja, 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 schon wieder daneben geklickt. Hm. Das Schlimme ist, dass ich zur Zeit, äh, relativ viel Oz spiele. Und dass ich da, äh, ja, die Sensitivität von meiner Maus relativ hoch gestellt habe. Und dass ich jetzt quasi eine ultra schnelle Maus gewohnt bin. Und jetzt komme ich hier plötzlich an und... Äh, 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 bewegen. Äh, äh, äh. Ja, so schaut's aus. Äh, äh, bitte sprechen. Komm schon. Ich werde den Hubschrauber auf dem Dach nicht los. Vielleicht können Sie sich als Störmitglied ausgeben und die Piloten einen falschen Befehl übergeben. Hm, hm, ist schon klar. Aber wie, kann ich einfach drauf rumkritzeln? Ich probiere das nochmal. Ich bin mir sicher, das habe ich schon getan. Das ist der Störbrief, ne? Genau. Hm. Kann ich hier einfach den Typen mal geben? Kann sagen, hier, ey, guck mal. Nö. Vielleicht jemand anderem. Ich schiebe da einfach mal den, dem Typen aus der, äh, Buchhaltung. Der war, glaube ich, im zweiten. Komm schon. Und sagt, sieh mal, der soll mir das irgendwie kopieren oder drucken oder ich weiß auch nicht. Ach so, oh. Ja. Obwohl, die kann ich eigentlich auch mal einen Quatsch nicht. Ich glaube nicht, dass das passiert, aber wenn ich einmal hier bin, was anderes fällt mir auch gerade nicht ein. Ansonsten muss ich mich hier brutforcen durch das Spiel. Oder durch die Stelle hier. Ähm, nö. Schade. Die mag ich. Hm, hm, hm. Ja, auch putzig, dass die ganze Ebene für nichts anderes da ist. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich noch irgendwas habe. Wir haben noch natürlich den Kopierer hier, aber der hat natürlich keinen Toner. Aber ich kann schon mal schauen, ob ich das Ding reinlegen kann. Der Kopierer sollte vor Benutzung geschlossen werden. Okay, probieren wir mal. Ähm, schließe. Schließen, tu mir nicht so oft. Musst du erst suchen. Jetzt benutzen. Ich weiß, kein Toner, aber... Schade. Jetzt auch nicht zufällig, warte ganz kurz. Äh, öffnen. Schau dir mich nochmal an. Nicht, dass ich hier verfeilt, verfeilt habe. Wie viele Toner? Verfehlt habe, würde ich sagen. Äh, dass ich hier noch irgendwas tun kann. Weil hier noch ein Toner rumliegt oder so, aber... Ist gerade nicht. Hm. Da ist, glaube ich, auch nichts weiter. Wie gesagt, ich quatsch mal den Typen an. Ansonsten würde ich den, äh... Den Hightech-Computer benutzen. Schauen, ob da was rauskommt. BTX mittlerweile weiß ich, was es ist, ne? Ein netter Zuschauer hat mich drauf hing... Oh. Hat mich drauf hingewiesen. Naja, das ist, äh, ja. Bisschen wie, wie Teletexten, wenn das noch jemand kennt. Nur, dass man, äh, das halt Lust hat, um, ja... Sich mit dem Internet zu konnektieren. Ähm, mhm, mhm, mhm. Komisches System, kannte ich noch nicht. Haben wir es schon angeschaut? Ich glaube. Ja, als das Spiel rauskam, ne? War ich noch nicht mal in der Schule. Wahnsinn. Glaubt mir gar nicht. So, bap, 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 bap. Hilft ja nichts, ne? Ich weiß sonst nicht, äh, wo wir weiterkommen könnten. Hm. Ich hab gerade überlegt, ob ich Igor's Brief noch irgendwas tun kann, aber... Oh, da war ganz kurz. Vielleicht kann ich den ja benutzen oder mit dem reden. Ich hab übrigens, äh, nachdem ich's erzählt hatte, hier, ne, die Aufnahme, in der, äh, ich meinte hier, Geschäftsführerin erinnert mich an Golden Boy, äh, hab ich direkt noch mal reingeschaut in den, in den Anime. War gleich die erste Folge. Ja, wo die, äh, wo die Madame Chefin dabei war. Ja, äh, war nicht mehr ganz so lustig. Also, war immer noch irgendwie cool zu sehen und so. Aber, äh, als ich 14 Jahre alt war, äh, waren die ganzen Sex-Anspielungen und, äh, Anime-Tiddies irgendwie noch cooler als heute. Zum 90er-Jahre-Anime mit übel schlechter deutscher Synchro. Ja, äh, äh, kann ich mit der Augen hier mal hier benutzen Brief? Guck mal hier. Scheiße, hier ist nichts, ne? Nun, äh, 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 schade. Sonst ist hier, glaub ich, auch nichts außer Unterlagen, aber keiner weiß, was ich damit will. Hier ist nur ein schönes Gebüsch. Oh, ich wünschte, ich könnte doppelklicken. Das wäre so schön, dann könnten wir hier nur durch die Screen so durchhuschen. Hm, was habe ich übersehen? Wir können ihn noch einmal benutzen. Benutze PC, warum? Außer den Bauplänen benötige ich nichts und die hat mir der Architekt schon übertragen. Ah, okay. Benutze Drucker? Im Augenblick ist nichts auszudrucken. Wir haben hier die Baupläne. Ey, ich krieg das nicht. Ach, wir haben hier noch GIP. Ach, ich bin so blöde. Das ist aber auch bescheuert. Ich meine, was, wer, wer braucht ein GIP? Warte mal, GIP. Brief. Oh. Gar nicht, ich kann, ich kann nicht mal mit irgendwie, irgendwo, okay. Hm, bin ein bisschen verzweifelt. Ich gucke mal in die dritte Ebene, in das Zimmer, wo wir den, den Anzug herhaben. Weil was anderes würde mir jetzt nicht mehr einfallen. Die haben Funkgerät, wir haben hier den Zettel. Igor war hier. Kann ich den benutzen? Nein. Kann ich den Brief irgendwie benutzen mit, keine Ahnung, was kopieren. Sonst ist hier auch nichts weiter, ne? Habe ich was im Inventar, was ich übersehen habe? Die 1-Karte, wir haben. Einladung schreiben. Hey, kann ich das nicht eigentlich mittlerweile verschicken? Ich meine, unsere Internetverbindung steht ja nur, diese dritten Verbindung steht nicht. Eventuell komme ich irgendwie über das Fax weiter, weil, keine Ahnung, ist so. Probieren wir mal. Und zwar, Förderstock. An den Hightech-Rechner. Äh, benutze. Faxliste. Oh. Benutze. Einladung schreiben mit Faxgerät. Ich faxe jetzt das Einladung schreiben an alle Teilnehmer. Das ging aber schnell. Muss wohl ein Gerät der vierten Generation sein. Kein Problem. Kenntnisse über Kommunikationsmittel, wie zum Beispiel Fax. Lernt man bei der Telekom in der Ausbildung Kauffrau, kauft man für Bürokommunikation. Krasser Scheiß. Meine Fresse, ansonsten, ohne eine Ausbildung, ne? Was willst du da machen? Das ist mindestens so schwer wie ein Telefon zu benutzen. Keine Ahnung, wer das heute... Also, geht nicht. Kannst du nicht machen. Gut, das haben wir gemacht. Kann ich vielleicht der Chefin Bescheid sagen, dass wir jetzt das Ding gefaxt haben? Ich meine, klar, das war eine unserer Hauptquests, quasi. Äh, sprich. Toll, das haben wir zwar jetzt gemacht, was wir auch tun sollten. Aber wir sind kein bisschen weiter. Baupläne. Wir haben immer noch den Quatsch hier. Schlüssel. Äh, können wir vielleicht das Zimmer wieder aufschließen? Haben vielleicht die Bullen die mittlerweile abgeholt? Warte mal ganz kurz. Dritter Stock. Und die sind mittlerweile weg, aber der Zimmer ist immer noch verschlossen, aus welchem Grund auch immer. Wir probieren einfach mal. Einfach mal schauen. Diese Tür mache ich jetzt lieber nicht auf. Ich glaube, die Störze ist da gerade drin. Naja, okay, dann halt nicht. Irgendwas hier um den Brief. Wenn ich nur wüsste, was. Ich frage mal oben die Französin und den Engländer. Oder schaue mich da nochmal um. Vielleicht gibt es ja ja einen Toner, den wir benutzen können für, weiß ich nicht, irgendwie einen Brief fälschen. Keine Ahnung. Ich habe schon ein paar Mal probiert, da einfach drauf zu schreiben, aber das will sie nicht. Okay, wie halten wir da hoch? Hallo? Ja, ja, Engländer. Monitorer, Kamera. Hm. Äh, sprechen. Hm, hm, hm. Ist immer noch dasselbe, ne? Sprechen. Schönes Wetter. Isn't it? Hm, Leute. Kann doch nicht sein. Das einzige Rätsel, was ich hier nicht gelöst kriege. Das wäre doch ein bisschen affig, oder? Na klar, ich könnte jetzt hier nachgucken, in einem Walkthrough oder so, aber. Kann doch nicht sein. Ich quatsch nochmal den, den, den Helikoptertypen voll. Äh, ach nee, jetzt sind wir ja schon richtig, ne? Im vierten Stock. Ich gehe nochmal die ganzen Optionen durch und wenn dann nichts mehr ist, dann kann ich es halt auch nicht ändern. Ich kann erstmal hier das Ding, der Pilot, okay. Äh, warte mal ganz kurz. Äh, gib. Das da, Brief. Jetzt habe ich es und behalte es auch. Na gut. Gib. Tannanzug? Nein. Umziehen können wir uns ja hier nicht, ne? Ne, ne, ne. Nicht die richtige Etage, so umziehen. Äh, gib. Bauplan? Nein. Oh, warte. Gib. Leiter. Keine Ahnung. Sprich, Pilot. Äh, dauert noch einen Moment. Hm. Äh, ist was schiefgelaufen. Wird abgeblasen. Äh, sprich mit Typen. Schiefgelaufen. Hm. Nö, nö, der will den schriftlichen Befehl. Ganz klar. Wollen. Wir haben noch das hier. Nö, das ist nicht. Ich kann nochmal gucken, ob es benutzt geht. Benutze das da mit dem da. Aber. Ich bin echt überfragt. Was wir jetzt tun können. Ich gehe nochmal kurz zum, zum Zortner gucken, ob ich da das, äh, Ding geben kann hier. Letzte Option. Und dann schaue ich, schaue ich nach einem Vox, wo. Und schaue, was ich machen muss. Ich kann auch sein, dass ich irgendwo ein Item übersehen habe. Das ist natürlich auch immer möglich. Z.B. Für den Toner. Und dass wir den Kopierer brauchen, um, keine Ahnung, was zu fälschen. Äh, kann ich hier, gibt, das da. Nö. Ist nicht. Hm. Na ja. Lieber Zuschauer. Ich, äh, schaue mal ganz kurz nach einem Vox, wo. Weil ansonsten, äh, ich weiß nicht. Kann hier noch, mich dumm, dämlich suchen. Aber ich habe nicht so viele Items. Wir haben nicht so viele Locations. Und ich weiß auch nicht. Was wir jetzt noch tun könnten. Ne. Also, bis gleich. Gut. Ich habe soeben das Internet benutzt. Und, äh, die Lösung der ganzen Angelegenheit ist. Na. Gehen zur Buchhaltung. Und benutzen. Das Internet. Klar. Mit BTX, äh, oder mit BTX kann ich neuen Toner bestellen. Der Toner wird in Kürze angeliefert. Kein Problem. Kenntnisse über Kommunikationsmittel, wie z.B. BTX, lernt man bei Telekom in der Ausbildung. Kauffrau Kaufmann für Bürokommunikation. Ja, wäre ich nie drauf gekommen. Natürlich wusste ich am Anfang nicht, was es ist. Aber auch jetzt wäre ich nie drauf gekommen. Wie gesagt, damit kann man, äh, ja, bestimmte Internetseiten aufrufen, wenn man das so möchte. Und da haben wir jetzt einen Toner bestellt. Das ist... Ja. 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 Wäre ich nie drauf gekommen. Nicht... Toner. Hier steht's dran. Ich find's übrigens auch ein bisschen bescheuert, dass man nicht sieht, was man hier hat. Man muss immer was anklicken. Betrachte Kugelschreiber, um zu wissen, dass es ein Kugelschreiber ist. Vor allem bei dem ganzen Papier hier ist das Blöde. Na gut. Der Rest ist jetzt nicht mehr so schwer. Den kann ich mir bestimmt selbst zusammenreimen. Ey, so. Zum fünften Mal daneben geklickt. Ey, Kopierer. Brauche Toner für Drucker. Ey, Toner. Schön. Schließe. Kopierer. Und dann können wir bestimmt... Wenn ich den Störbrief geschickt abdecke, bekomme ich als Kopie einen Blank... Einen Blankobrief mit dem Störbriefkopf. Kein Problem. Der tägliche Umgang mit modernen Bürogeräten wie einem Kopierer ist Bestandteil der Ausbildung. Als Kauffrau kauft man für Bürokommunikation bei Telekom. Ja, schau, dass wir es jetzt so hintereinander weg haben, ne? Diese lustige... Ja. Diese lustige Einblendung dort. Ja, gut, dass wir in der Ausbildung solche Dinge lernen, wie zum Beispiel, wenn man einen Kopierer benutzt. Das ist... Krasser Shit, Junge. Heute wie damals, muss man Knöpfe drücken und... Das lernt man ja nicht so einfach. Kann ich jetzt darauf rumschreiben? Hm, was schreibe ich jetzt am besten? Was? Befehl vom Chef Mr. Kantmüller in Brüssel abholen. Anweisung für Helikopter sofort starten und Planquadrat 3742 anfliegen. Hubschrauber sofort zur Inspektion Getriebeöl überprüfen. Hier, Brüssel abholen. Kommt doch auch vom Chef. Kritze, kritze. So, ich bin fertig. Äh, nein, 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 natürlich zum Aufzug. Äh, ich bin gerade blöde. Entschuldigung. So. Mal kurz mein Gehirn im Standby-Modus. Aber jetzt. Da lang und dann. Wieder hier lang klettern. Und dann benutze... Brief mit Typen. Gibt's gar nicht, oder? Okay, hier geht's. Mhm. Ähm, okay. Dann quatsch ich einfach an. Braucht man Kipp überhaupt für irgendwas? Na, seid ihr jetzt soweit? Die Hubschrauberaktion ist abgeblasen. Ich glaub's einfach nicht. Hier hast du schwarz auf weiß. Und jetzt ab mit dir. Vielleicht solltest du lieber vom Dach gehen. Sonst blase ich dich womöglich noch runter. Alles klar. Ja, machen ziemlich viel Wind, ne? So, Hubschrauber im Allgemeinen. Ich stehe schon mal in der Nähe, als einer abgehoben ist. Also, ein ganz kleiner nur, aber. Merkt man trotzdem, dass es windig wird. Hey! Geländer hoch ins Her Sand. Ganz schön hoch hier. Aha! Da unten sehe ich ein Kellerfenster. Okay. Irgendwo da hinten. Ah ja, hier, schön. Hochhäuser und so. Gefällt mir ganz gut. Macht sich gut, die Szenerie hier. Die fügt sich echt schön ins Bild ein. So können wir jetzt die Satellitenschüssel reparieren. Erst eine genaue Untersuchung zeigt, dass die Satellitenschüssel so stark beschädigt ist, dass ich sie nicht mehr reparieren kann. Was? Nutze Werkzeug mit... Äh, okay. Nimm. Bisschen schwer, was? Was? Ach so, ach, im Keller ist ja noch eine. Im Keller ist ja noch eine. Äh, benutze Seil mit Geländer. Oder Seil mit hier. Am Ende machen wir bloß noch was kaputt. Na, ist egal. Die ist auch schon hin. Äh, Geländer. Da können wir bestimmt die andere hochziehen. Hä? Kann ich benutzen einfach, vielleicht. Hm. Die wird für die Konferenz benötigt. Nein, die ist ja kaputt. Öffne. Hm. Was haben wir denn den Scheiß eigentlich noch? Vordere Felge mit Gabel. Hintere Felge. Hm. Ich meine, die redet ja bestimmt von unserem Fensterdach hier. Äh, nicht Fenster, Fensterdach. Meine Fresse, ich bin echt durch. Hehe. Deswegen habe ich mich so lange gedrückt, davor aufzunehmen. Äh, das Kälterfenster ist bestimmt das, was da unten ist. Was wir auf und zu machen konnten. Deswegen können wir das auch auf und zu machen. Habe ich mich damals schon gewundert, für was das überhaupt gut sein soll. Das Seil können wir nicht da benutzen? Die Leiter? Äh, gar nicht. Na gut. Können wir vielleicht das Werkzeug benutzen? Warte. Wieso? Ist doch in Ordnung. Ja, ja, ja. Jetzt, wo du es abgebaut hast. Ich meine, wir haben zwei von den Teilen. Was weiß ich denn, das Umlenkrollen? Eine für oben, eine für unten. Jo, wir mal. Ah. Mal wieder das Unmögliche möglich gemacht. Okay, was hast du? Mhm. Genau, Felge. Ganz genau. Geht das jetzt? So, mit dem Seil habe ich eine Zugrolle. Schau, dass es vorher keinen Hinweis drauf gab, aber gut. Ich gucke es mir ganz kurz mal an. Gut. Jetzt habe ich eine Rolle mit einem Seil dran. Nur für das andere Ende vom Seil brauche ich noch was. Ach so. Ach, das andere war da ganz kurz so. Geht das? Heureka! Der Flaschenzugmarke Eigenbau ist fertig. Wie sieht das Ding jetzt aus? Doch, so wie ich es dachte. Genau, eins oben, eins unten. Ja, ist gar nicht mehr so doof, ne? So eine Felge geht aber schon gut. Ich weiß noch nicht, wie es jetzt wieder ans Geländer geklebt hat, aber... Wie gesagt, dass wir das Dach mit dem Keller verbinden müssen, ist ja jetzt ein bisschen offensichtlich. Und deswegen können wir da unten auch die Seilettenschüsse anklicken. Obwohl wir sie nicht mitnehmen konnten. Heißt das, wir haben es gleich geschafft, oder wie? Das ging ja plötzlich ein bisschen schnell. Wir hatten ja einfach schon fast alle Rätsel gelöst. Hier war die alte mit ihrem dicken Hintern. So. Äh, genau. Ah, was? Wo kommt denn der Haken her? Bist du bescheuert? Was ist denn das für ein Blödsinn? Genutzt ist eine Lippenschüssel mit Fenster. Es war nicht gerade einfach. Aber die alte Lippenschüssel hängt jetzt am Flaschenzug. Okay. So. In Höchstgeschwindigkeit geht's zurück. Und dann holen wir das Teil aufs Dach. Und ich vermute mal, dann haben wir es geschafft, oder? Über die Faxliste haben wir rausgeschickt. Da ist mir erst vorhin eingefallen, dass wir ja in Tokio angerufen hatten. Und deswegen die letzte Faxnummer auch besitzen. Die wir gebraucht haben. So. So. Äh, Vorzimmer. Fünf Screens dazwischen. Hm. Wenn's reicht. Benutze. Flaschenzug. Selbst mit dem Flaschenzug ist die Satellitenschüssel ganz schön schwer. Ja. Oh. Hahaha. Achso, weil die jetzt ersetzt wurde. Das sehen die jetzt geblinkt. Die Satellitenschüssel muss nur noch angeschlossen werden. Vielleicht mit Werkzeug? Gleiches Werkzeug. Nur noch dieses Kabel hier und dieses Kabel jetzt noch ausrichten. Fertig. Kein Problem. Den Anschluss von Satellitenanlagen und Antennen lernt man bei Telekom in der Ausbildung Kommunikationselektronik. Die hab ich echt vermisst zwischendrin, die Dings. Und jetzt kommen sie alle hintereinander. Echt schade. Ja, das war's, oder? Boah, da haben echt nur zwei Rätsel gefehlt quasi. Hey, so, so, so. Dafür hab ich ne ganze Folge gebraucht, meine Fresse. Ah, Madame Chefin ist schon oben. Cool. Hm, schade, dass wir uns nicht auf ihren Sessel setzen können. Einfach weil. So, Madame Präsident. Ja, schauen mal. Ah, da sind sie ja. Sehen Sie, es funktioniert alles wunderbar. Die Konferenz ist gerettet. Ich traue mich nicht zu klicken, dass ich dann hier, ich sag Niesel schon überspringe. Das freut mich. Dann werde ich jetzt mal wieder gehen. Ihre Bescheidenheit ehrt sie. Aber sie gestatten mir doch vorher, ihnen meinen Dank auszusprechen. Ich habe doch nur... Kommen Sie. Sie haben doch weit mehr getan, als wir von Ihnen erwartet haben. Telekom kann stolz auf Sie sein. Oder sind alle Ihre Kolleginnen und Kollegen so auf Draht? Klar. Obwohl wir nicht gerade jeden Tag Verbrecher fangen. Sie haben sich ganz toll gehalten. Diese Störtypen sind zumindest erst einmal eine ganze Weile vom Fenster. Ich muss jetzt gehen. Der Tag ist lang und es gibt noch mehr für mich zu tun. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe. Sie sind mir jetzt nicht böse, wenn ich hoffe, Sie nicht so schnell wiederzusehen? Nein, natürlich nicht. Aber wenn Sie uns rufen, sind wir sofort da. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und viel Glück weiterhin. Telekom Service Mitarbeiterin schwer auf Zack. Dem mutigen Eingreifen einer Service Mitarbeiterin von Telekom. Verdankt die Kriminalpolizei einen sensationellen Empfang. Mehrere führende Köpfe der Stör konnten gestern verhaftet werden, nachdem die Mitarbeiterin sie eingesperrt hatte. Die Gangster versuchten, eine internationale Videokonferenz zu verhindern, hatten aber nicht mit der gewitzten Telekom Service Mitarbeiterin gerechnet. Fortsetzung auf Seite 3. War ich fast zu langsam. Das Telekommando kehrt zurück. Produzent Telekom. Ja. Projektleitung Telekom Willi Scheid. Projektleitung die Gilde. Linda Mutzam. Technische Betreuung. Marian Rumpf. Softwareproduzent Arztdepartment. Ja, das sind die Entwickler. Ja, 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 ja. Genau. Gilde Werbeagentur GmbH. Ja, aber Arztdepartment sind die, die wichtig sind. Weil die haben, ähm... Ah ja, hier. Programmierung für den PC. Gibt ja noch eine Amiga-Version. Die ist aber, glaube ich, genauso. Ja, Musik-PC. Jochen Hess. Das hast du gut gemacht, Jochen. Fein. Ah ja, hier. Programmierung Amiga. Ganz genau. Musik-Amiga. Muss nochmal neu programmiert werden, scheinbar. Koordination. Waren zwei Leute, äh... Nötig, um hier einfach nur die Leute zusammenzuhalten. Ein paar Tester. Durfte jeder mal ran. Fein, fein. Entwickelt und produziert 1993. Mhm. Wir danken allen an diesem Projekt beteiligten Personen. Bitte. Copyright Telekom. Schön. Im Auftrag von Telekom nochmal. Wunderbar. Jetzt geht es aber nicht wieder von vorne los, oder? Nee. Gut. Toll. Hahaha. Spiel hat sich einfach geschlossen. Hahaha. Ende Gelände. Ach, schön. Naja, ich, äh... Mach mal irgendwas hier hin, das schön aussieht und was schön klingt. Ja, das war jedenfalls das Telekommando kehrt zurück. Äh, ja, bam, plötzlich ist es vorbei. Krasser Scheiß. Ja, jedenfalls, ähm... Wie gesagt, die Entwickler haben irgendwie um 93 und ein bisschen später, ich glaube die nächsten zwei Jahre oder so, äh, mehrere Point-and-Click-Adventure-Werbespiele gemacht. Für ganz verschiedene Firmen und Institutionen und die sind wohl alle ziemlich gut bewertet oder sollen wohl alle ganz gut sein. Von daher, ähm, ist es nicht das letzte Mal, dass, ähm, ja quasi wir von ihnen hören werden. Ähm, ja, mir hat jedenfalls, ne, das Telekommando kehrt zurück, äh, viel Spaß gemacht. Finde ich ziemlich cool gemacht, vor allem als, äh, völlig kostenloses Werbespiel quasi. Ist es ziemlich cool. Es gab wohl damals auch eine, äh, eine Telefonnummer, die man anrufen konnte, äh, wenn man nicht weiterkam. Ja, ziemlich nice. Ja, was soll ich noch sagen? Wie gesagt, die Musik war natürlich sehr schön. Und abgesehen von ein, zwei Stellen, die ich nicht so schön fand, wie zum Beispiel die Angelegenheit mit Stör vor allem, die hat mir nicht so viel Spaß gemacht, weil die war irgendwie so komisch und, ja, wir mussten fünf am Kreis laufen und, hm. Ja, und wie gesagt, und die Turner, äh, bestellen über BTX, da wäre ich nie drauf gekommen, weil, warum sollte der plötzlich gleich sofort am Stüssel sein? So ein Quatsch, weil höchstens, keine Ahnung, fünf Tage später angekommen. Naja, gut. Jedenfalls so viel dazu. Ja, lieber Zuschauer, ich weiß gar nicht, was ich dir das noch erzählen soll. Ähm, ich organisiere meine ganzen, let's go. Play ist ja in, in Playlists und habe im Überblick, dass ich jetzt mal den ganzen Bildschirm dir voll klatsche. Und, äh, ich kann jetzt aber ein bisschen sortieren von, ähm, relativ allgemein gehaltenen Playlists bis zu, oddly specific. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Gib mir dein Geld, folge mir überall hin und vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns in einem anderen Let's Play wieder. Tschau! 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 Tschau!